Hallo und herzlich willkommen vom Nokia-Messestand. Wir sind hier mit Benjamin Lampe verabredet, Pressesprecher von Nokia Deutschland, und wollen wissen, wie Nokia wieder zurück zur Marktführerschaft kommen möchte. Eine absolut richtige Entscheidung. Gemeinsam können wir das Ökosystem rund um Windows Phone aufbauen. Das machen wir schon und das muss noch weitergehen. Einfach super viele Menschen gibt, die sich für ihr Lumia begeistern und täglich werden es mehr. Dass das Interesse rund um Nokia weiter zunimmt und das freut uns sehr.